So, weiter geht's heute mit dem nächsten Renn-Event. Auf geht's! Nehmt das Auto hier. So. Willkommen zum heutigen Event, meine Damen und Herren. Kristen, was erwartet uns heute? Was muss man hier wissen? Na ja, ohne amerikanische Muscle Cars wäre es nicht die Grid World Series. Und in der Stock Car-Kategorie haben wir einige der kraftvollsten, die jetzt kampfbereit am Start sind. Danke, Kristen. Ich freue mich schon auf das Rennen. Und das gibt's nur hier bei der Grid World Series. So. Okay, fliegender Start. Auf geht's! Danke. Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Bist du Mamaуш Text lacht? Sie können jetzt eigentlich so viel Zeit zu finden? Naja, wäre schön. Das war entrance jamais Hall zu Ende. In der지光初 schlägt malwalking. Jetzt machen wir jetzt mal den 2- Jab Renn기로 14. So, wir machen jetzt wieder 6. Da sind wir wieder 6. jetzt führen wir, ob wir das sehen oder so ein Colli rennen oder so da habe ich schon was blöde quer stellen ich komme nicht vorbei ey, ich würde mich nicht vorbei lassen jetzt klar, das ist richtig zeitgekostet jetzt ich muss wieder mit dem rankommen jetzt und wieder habe ich die typen vor mir jetzt war es jetzt ja, die kommen nicht mehr vorbei jetzt ist er gewonnen, sehr gut gut gut, gut, gut 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 gut, nächstes rennen gut 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 ich bin drin gut 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 genau Schnell, aber sauber zu fahren. Auch hier. Dann kommt er auch in die Schuhe. Das ist ja, das ist ja, das ist ja so. Ah, das hat ja ein bisschen Zeit gekostet. Deswegen, das war es natürlich nicht einfach jetzt gerade, um Riss dazu. Das ist ja ein blöder Unfall wieder. 6 Sekunden gekostet jetzt. So, jetzt runden, da haben wir das Ding auch nicht gewonnen. Tschüss Mutter. So. 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 So.